Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Halcyon 6. Äh, ich speichere einfach mal. Äh, Gary Blah, keine Ahnung. Außer wir haben einen neuen Save. Habt ihr mich vergessen jetzt. Äh, ja, willkommen zurück und im letzten Part haben wir leider... Eigentlich im vorletzten haben wir, glaube ich, Miss Klazali verloren. Das ist... Es ist immer noch, als wäre es eben passiert. Ähm... Und ja, wir müssen auch die Piraten ausschalten. Wir müssen... I don't know, alles machen. Wir müssen hier den Sektor freihalten. Und überall sind Cruel. Und hier kommen so viele auf einmal. Und das ist echt fies. Ähm, wir haben 17 Tage hier drauf noch. Auf Rosetta und dann auf dem anderen. Ähm, anderen Stern. Und das ist noch Ghost Head. Wir sind echt starke Gegner. Das wird nicht einfach werden, Leute, sage ich euch. Ja, wir versuchen aber weiter zu überleben. Und unser neuer Thalerion, der Miss Klazali ersetzen sollte, ist bald wieder... Ist bald fit. Ist bald top dabei. Wir brauchen unbedingt mehr Crewmen. Wir können aber auch welche abholen. Deswegen werde ich erst mal das machen. Äh, und mal gucken, was hier dann ankommt. Oh Gott. Ah, Reputation Gained. Äh, oh, sorry. Ja, der Computer hat gesagt, da ist jemand. Wow, nice station! The Federation Bigwigs never let us get this close to it before. But I suppose we'll be spending a lot more time here now that... You are our primary contact with the Federation. What really? What do you mean? What's my idea? Well, following what looks to be a devastating apocalyptic event within the Federation environs... Environs? Which surely you have noticed. Environons? Kenne ich nicht Environments, ja. Aber da fehlt dann was. Vielleicht ein Typo. Which surely you have noticed. You are according to our research now the ranking Federation officer. What? Congratulations! I'm sure you've done something to earn it. Wir haben überlebt. Oder wir waren halt da. Reicht, ne? Leute, reicht. Now I'm sure you've got some important Federation-ing to do. But we thought we'd come say hi. Ähm. Hm. You're saying no one in Federation-command made it out? Äh, no. I'm afraid it doesn't look like it. Those cruel things really came on quick, didn't they? If we find any refugees, we'll let you know, though. Äh, we'll give you a great deal on them, too. Ja, great. Slave. Traitor. Anything for our Federation-friends. I know we've had our differences, but now that your galactic presence has been reduced, I think we can start having a more even-handed relationship, oh toll. Speaking of, let's get down to business. Ja, great. Ich freu mich schon. Great job finding and securing this precursor alien station in the middle of this gas cloud. Our records suggest, uh, we did many sweeps in this area, at least a hundred gaps before you did, before you did, but we didn't find anything like this. Still, intergalactic regulations say finders keepers, more or less. But let's stop tiptoeing around this. How much do we want for the station? Ähm, äh, what? Come on, name your price. Dark matter materials, rare space fauna. The star is definitely not for sale. Wir werden die nicht verkaufen, Leute. Well, I don't think you're making a prudent choice here. Ancient superstructures never hold their value. Yeah, actually, they grow in value, if they're good. Oh, and then blah, perfect, irgendwas. What do you even want it for, Yablings? The Yablings live in Swamps, don't they? Oh, we don't want to keep it. We'd most definitely try to flip it to someone else, probably the Cousin. Yeah, we're done here. Okay, well, we tried. I hope this whole resisting this oncoming extinction event thing works out for you. Yeah, probably not, so wie es momentan aussieht. Aber wir versuchen es, ne? Äh, wo fliegen wir hin? Okay, wir fliegen da hin. Wieso sind schon noch mehr Cruel? Guckt euch an, wie viele das sind! Alter, uns, Exploration-Tick, ja, komm, als ob ich nicht genug Probleme hätte. Jaja, wir haben irgendwas, äh. Äh, while exploring this area of the station, Aggromitsa and their assigned crew have come across a unique sight, a newborn Grombolos Blinker, a nearby the rotting carcass of what must have been its mother. Was auch immer das ist, kill it dead. Ah, crap. Dispatching the newborn Blinker proves relatively easy, however soon after the seemingly dead Grombolos mother opens its massive central eye and darts it into attack. I don't care, we kill them. Wir haben noch keine besseren Kadetten, aber wir kriegen die schon... Oh nein, das Vieh ist ja auch noch da. Ich dachte, wir haben die gekillt. Das ist ja bescheuert. Oh, shit, ist die heftig. Wir werden unsere Leute wieder verlieren, ich sehe es schon. Na, aber nicht so schwarz sehen, Gary, ne? Wir haben die Starknisse machen können, da bin ich nur mit dem Heartblood Cray. Was zur Hölle war das bitte? Ja, der Erste ist schon down. Können wir uns zurückziehen aus dem Kampf? Wir können retreaten. Ich bin geneigt, das zu machen, weil das war der erste Angriff von dem Vieh. Dafür sind sie auch noch schockt. Wir zwar auch, aber... Ich kann heilen. Und ich komme nochmal dran vor denen. Okay, dann werden wir das versuchen. Enflict's Confused, aber die sind schon confused. Dann nehmen wir einfach die Laserpistole. Warte mal, was macht mehr Schaden? Das ist kein Schaden. Und das Ding hat 90! Wir können immer noch fliehen. Enflict's Schock, die sind schon schockt. Exploits Afflicted. Das schadet denen alles nichts. Okay. Heal them all, maybe? Jetzt sind beide dran. Oh Gott, ich werde zu drauf gehen. Vor allem, wenn ihr Idioten nicht ausweist. Ja, moin! Schon wieder! Die olle Kuh! Wie sollen wir die denn totbekommen? Ich meine, Redshot zu verlieren ist nicht so schlimm. Es kostet uns, glaube ich, auch nichts. Ich weiß ja, wahrscheinlich kostet uns Kuh. Ich kann auch nichts ausnutzen. Gar nichts. Alles, was die können, ist Unsinn. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn wir fliehen. Aber wir können es versuchen. Want to retreat? You are vulnerable to attack while you... Ja, komm. Der ist tot. Der ist tot. Obwohl, ne, der stirbt nicht direkt. Wir haben noch einen Redshot verloren. Und zwar richtig brutal und eklig. Ja, dankeschön. Battle lost. Schön, danke. The Gromulus' mother managed to drive back your crew. This area is now filled. Oh Gott. And they will need to be driven back before... Oh, das ist doch bescheuert, Leute. Och, ich weine gleich. Nichts funktioniert hier. Es ist wie bei XCOM. Es ist wunderschön. Ja, großartig. Dann versuch's hier, Gromite. I don't care. Wir brauchen mehr Platz. Oh Gott, ich bin so schlecht in solchen Spielen. Das ist echt für bei XCOM, ne? Gib mir das bisschen Pizzle-Crew, das du da zusammengewurschtelt hast. Wir brauchen die. Warte mal. Wo willst du hin? Parvo. Wetten wir's? Regulus. Ne, okay. Alter. Guck dir's an, wie viele hier sind. Eins, zwei, drei... Vier volle Flotten plus die am Portal. Wie soll ich das denn bitte machen? Wie soll ich das bitte managen? Und es kommen immer mehr. Jede Sekunde kommen mehr von den Pennern. Und ich muss nebenbei noch ein paar Piraten platt machen. Und hier wird wahrscheinlich auch noch was entwickelt. Alter, das Spiel ist brutal, ey. Wow, 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 wow. Okay, wir werden tierisch, tierisch leiden und... Ja, ach so. Ja, komm. Hau mir noch härtere um die Ohren, ne? Ich mein... Ich brauch's ja anscheinend. Scheiße, ey. Auch nach Aldebaran. Ich dachte, der wär zerstört. Dankeschön. Brauchen wir die Crew für einen neuen Offizier. Wie lang geht's noch? 15 Tage. Ja, und jetzt werden hier neue Sachen angegriffen. Ich kann nix tun, weil ich einfach nicht die Schiffe dafür hab. Ja, neuer Distress Call, neuer Distress Call. Du mich auch. Was ist hier drin? Das sind die normalen Flotten, die wir so kennen. There's a troubling development brewing with your expedition crew. Agro meets us in a bit of a quandary. Having just been informed by their expedition second in command that the crew has likely been infiltrated by Leecher-Mimics. If you can't figure out who is and isn't human, you may need to quarantine most of the expedition. Crew, investigate them. Ah, okay. Okay, wir haben smoothly, but it quickly evolved into wild accusations and desperate, increasingly suspicious pleadings and the fighting began. Großartig. Ne, du wirst nicht alleine kämpfen. Du brauchst zumindest noch ein paar Leecher-Mimics. Die alle nix können. Ah, guck mal, wir haben schon wieder neun. Sonst nicht schön. Guck dir's an. Ein Angriff und die sind schon tot. Das ist doch ziemlich kacke. Was soll ich denn hier machen? Ich meine, sie kann ein bisschen gegen den einen bestehen, aber der andere muss vorher sterben. Sechs Schaden sind nicht so wild. Exploit-Speeding, ja. Das ist toll. Das ist auch, weil ich keine Synergien hier habe. Ich kann nichts exploiten, ich kann nichts machen. Das ist total doof. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier tun soll. Er ist tot. Zumindest gleich. Noch lebt er. Ja, heal ihn mal. Ich muss die nur hoch... Ich muss die ganze Zeit jetzt hochheilen. Kann nix machen. Die machen keinen Damage. Wow. Uncritical Bleed, ne? Ja, moin. Alter, die sind uns so überlegen. Das glaubt man nicht. Ich mache immerhin ein bisschen Schaden. Aber die heilen sich ja auch noch. Ist einfach besser, die Laser Pistol, weil die mehr Grundschaden macht. Guck mal, sie ist fast tot. Ja, genau. Sie heilen sich jetzt alle. Super geil. Und er ist schon wieder critical. Ja, ich muss eh alle heilen, weil ich ziehe es fast down. Oh, der Feeding, ey. Das tut so weh. Ah, der nimmt sowieso Base Damage, um seinen Freund zu heilen. Wer hat er noch evaded? Drecksau. Okay, er ist gleich tot. Zumindest der eine. Der andere wird heftig. Ja, donate. Ja, genau. Jetzt hat der andere auch noch donate Platten. Jetzt heilen sie sich gegenseitig ewig hoch. Das ist ja geil. Das Spiel wird immer besser. Ich weiß echt, Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich werde hier nur noch die da gemetzelt, ne? Ich habe das Gefühl, die haben das Spiel noch schwerer gemacht. Ja, er ist tot. Ich kann keinen heilen. Ich muss den töten. Das ist wichtiger. Aber wenn ich das mache, verliere ich ihn. Und nicht, solange ich nicht muss. Das macht zwar weniger Grundplanung, vielleicht immer Glück auf dem Roll. Naja, natürlich. Ja, moin. Und Crit? Ne, okay, nein. Ja, einen Flick mal schockt. Also wenn sie langsamer. Alter, Leute. Das Spiel, ey. Das zerreißt mich gerade. Ja, wieder einer tot. Jetzt töte den Penner. Immerhin einer platt, ey. Kannst du eh nicht viel anderes machen. Und du? Okay. Ich kann nicht heilen. Er ist in der nächsten Runde. Gott. Ey, wenn wir jetzt auch noch Agro-Mize verlieren, starte ich neu. Äh, mach mal. Ja, ich würde dir gerne helfen, Mädchen. Cool. Das wäre cool, wenn ich ihn jetzt wieder auferstehen lassen würde. Das wäre so schön. Aber leider nicht möglich. Ah, evaded. Immerhin. Machen Afflicted. Das macht immerhin mal Damage. Ich mache das Confuse drauf. Das macht zwar keinen Damage, aber immerhin Confuse. Die Typen sind so nutzlos. Aber ich habe halt keine volle Truppe hier. Ich habe kaum eine volle Truppe im All. Wie soll ich hier eine volle Truppe haben? Ich hoffe, du hältst nochmal durch. Wir müssen eigentlich mal ein bisschen Schaden machen. Was bringt das? Werden wir sehen. Och, jetzt auch noch evaded. Weniger Damage, okay. Weniger Damage ist immer gut bei dem Vieh. Och, jetzt evaded ist wie ein Weltmeister, ne? Und jetzt spendet sie sich. Das ist unfair. Es gibt ihm zwar den Dot, aber es gibt ihm auch Heilung. Und das ist wirklich nicht fair, Leute. Was soll denn das? Okay, das mit der letzte Heal, den wir haben. Nee, ist nicht mehr. Das können wir schaffen. Ein bisschen Glück noch, wenn er den jetzt nicht killt. Ja, natürlich killt den. Ähm, ein bisschen Glück. Es ist ein Kampf, der echt nicht schön ist gerade. Oh, jetzt töten wir den wirklich. Ähm. Wirklich gerade kein sehr schöner Kampf. Ja, wir brauchen hier richtig Schaden, Leute. Das geht's uns nicht. Och, komm schon. Warum der evade? Das ist doch nicht fair. Okay, warum bin ich confused drauf? Damit er nicht mehr evaden kann, die Sau. Und der ist den... Evade, evaded. Ja, der ist tot. Doch nicht. Ah, doch. Wollte schon sagen. Okay. Haben wir wieder ein paar Red Shirts verloren. Oh, well. Mach ich irgendwas falsch, Leute? Bin ich nur so schlecht? Oder was soll das? Nee, das Donate-Blatt heilt ihn. Das gibt ihm kein... Kein Dot. Das gibt ihm einen Hot. Das ist voll unfair. Okay, wir haben ihn. Also, ganz ehrlich. Wow. Das Spiel reißt mich echt auseinander momentan. With the Leecher Mimics finally taken care of, the few remaining survivors get back to the task at hand. Ja, wow. Und es hat den Raum noch nicht mal gecleared. Das ist... Das ist gerade so unfair zu mir. 70 Crew. Das... Wow, das reicht nicht mal. Guckt es euch an. Also gerade so nur. Halleluja. Was soll denn das? Okay, wir... Sobald Agro Mieze wieder frei ist, dann muss sie das weitermachen. Welche Flotte können wir rauskloppen? Das kriegen wir nicht hin, Leute. Schaut es euch an, die sind zu stark. Wie sollen wir die denn bitte töten? Und ich will die Facilities nicht verlieren. Oh, kacke. Aber ich werde wahrscheinlich ein paar opfern müssen, weil ich habe keine Wahl. Was soll ich denn machen? Ja, ja, ja. Bullshit, Bullshit. Ich wünsche, das würde von alleine weggehen. Einen Tag. Wir können einen Tag warten, um unseren neuen Offizier versuchen zu holen. Schon mal. Da ist der Tag. Der hat immer ein bisschen Zeug gekriegt. Noch können wir nichts machen, aber das müssen wir noch kaufen. Zum Beispiel das Propulsion Lab. Könnte sehr nützlich sein, denke ich, wenn wir schneller sind. Das ist alles Quatsch. Das ist alles viel zu teuer. Die Power brauchen wir gar nicht. Propulsion Lab, man. Das Günstige brauchen wir. Kostet eine ganze Menge. Aber ich denke, wir müssen es investieren. Die Frage ist, wie viel kostet der Hangar? Der kostet viel zu viel, ne? Tja. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz, wie viel der kostet. Ein Witz. Okay, bauen. Ähm, Akromize. Du hast gut gekämpft. Jetzt musst du mir einen ausbilden. Wo kann ich das? Aufestags Quarters. Nein. Äh. Hier? Was machen wir denn? Das ist für die Schiffe. Auch nicht. Auch da müsste ich immer weiter forschen, Leute. Ich brauche so viele Leute. Das ist krank. Hier. Wir brauchen auf jeden Fall den Offizier. Ja, Akromize wird den ausbilden. Ich hoffe, wir kriegen einen guten Roll, Leute. Oh Mann. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich Neues nehmen soll. Ein Angie? Wahrscheinlich. Dann werden wir die austauschen. Maybe. Zwölf Tage. Wow. Immerhin kriegen wir relativ gut wieder einen zurück, wenn wir 25 Crew haben. Ich frage jetzt, ob wir so viele bekommen. Ich würde auch gerne das mit einem Piraten machen, aber ich kann nicht, Leute. Das ist einfach zu viel Kohl hier. Und ihr zwei müsst zuerst drauf gehen. Wir brauchen beides nicht so direkt, aber es ist gut, das so nah bei mir zu haben. Welche kriege ich also eher platt? Wahrscheinlich eher die. Obwohl, die sind sehr aufeinander... Aber wir haben kein... Das ist das Problem. Wir haben kein Hull-Breach mehr. Und Hull-Breach ist bei denen hier awesome. Bei den Bächern. Ich versuche mal, die Flotte hier anzugreifen. Immerhin kriegen die schon ein bisschen bessere Stuts. Mit ihrer Flotte. Wenn man noch mit der White Star flieht. Ich hätte gerne schon eine andere Flotte am Laufen. Aber das war nicht geplant, dass jetzt ein Dings drauf geht. Okay, ich denke mal... Auch wenn du mehr unser Healer geworden bist, obwohl du einer der größten Damage-Dealer warst. Das wird so wehtun. Wen schalten wir aus? Ich habe immer das Gefühl, der ist richtig böse. Außerdem kriegt der guten Damage davon. Bitte nicht resisten. Bitte nicht resisten. Wir haben den nur einmal. Dankeschön. Das war nett. Inflicts Vulnerable. Keiner wirklich anfällig für. Ja, du. Für die Art von Schaden. Wir haben halt auch nicht viele Heals, ne? Und... Oh, ja. Halbreach. Brotartig. Vulnerable können wir hier eh nichts mit anfangen. Ich weiß ja nicht, was besser ist. Ist es besser, sich auf einen zu konzentrieren oder besser, den Schaden aufzuteilen? Wir haben keinen Panik hier verursacht. Was? Ich versuche es mal gegen zu heilen. Ah, gut. Das hat es auch noch weggenommen. Sehr schön. Schaden gegen alle. Wir können gerade eh nicht exploiten. Das ist das Problem. Wir können nicht exploiten. Und exploiten ist das, was es uns bringt. Was hier richtig was raushaut. Plus 24 Schaden. Okay, wieder ein bisschen hochgeheilt und wieder runtergedrückt worden. Sehr schön. Exploit. Ich glaube, ich muss mich heilen. Ich habe sonst keine Chance. Oh, der Heal war echt schlecht. Der war richtig mies. Der war richtig mies. Ich muss per se mehr Schaden. Ich will den nämlich exploiten und damit killen. Da sind wir schon mal einlos. Und das sind da relativ kurze Anzahl von Runden. Was ziemlich gut ist. Weil wir doch einen schönen Exploit genutzt haben. Ne, warte mal. Ich kann damit killen. Ich habe kein Wunderung. Egal, du tötest sowieso. Damit. Es ist sehr schwer, hiermit nicht zu killen. Ich riskiere es. Kill, weil die anderen will ich für die anderen haben. Das ist gut. Ich habe resisted. True Panic. Er hat die wenigsten Lebenspunkte. Das heißt, er muss jetzt drauf gehen. Wir können es direkt exploiten. Aber das ist mir ein bisschen zu früh. Ich will erst, dass er damit noch drauf geht. Also, dass er noch vulnerable wird. Oh, resisted. Goddammit. Okay. Exploit is vulnerable. Ja, das hätte ich jetzt mal schön machen können. Aber ist nicht. Jetzt schieße ich mal ein paar Augen aus. Ne, Sau. Ah, ey. Wir... Alles resisted. Dieses... Dieses Säck-Schweinchen. Das ist unglaublich. Gut. Das kann eher ein bisschen öfter drankommen. Das ist so gut. Die Fähigkeit ist so gut. Ich wünsche, ich hätte die echt auf alle. Das würde es echt noch ein bisschen angenehmer für mich gestalten. Ja, jetzt exploits Blue Panic. Yes. Das war aber wenig Schaden. Und er hat direkt 8 nachts wieder geheilt, die Sau. Das kann ja nicht sein. Ich habe jetzt auch nicht mehr alle Sensoren stören. Vielleicht ist es echt besser, eine Mischung aus Schiffen zu haben, die eher ein besseres Kombo haben und nicht die besten Tiere sind, die man hat. Das ist jetzt Tier 1. Ich hätte lieber vielleicht ein Tier 0 und ein Tier 1 gemixt. Zum Beispiel ein Tier 0, ähm, Rings-Schiff. Weil der kann sowieso heilen. Wenn ich ein Tier 0 Engineering-Schiff hätte, könnte er noch Hull-Breach. Dann wäre die Kombo ein bisschen besser. Muss ich mal reingucken, glaube ich. Dann haben wir keinen Weapons zu exploiten, wirklich. Ich denke mal, das könnte sogar besser sein, dass man eher auf Kombos bauen sollte, als auf Schiff-Tiers. Kann natürlich auch schlecht sein. Das hat wieder genau das Problem. So, dann kann ich jetzt erstmal ein Vulnerable exploiten. Autsch, das tut weh. Ich heale nicht. Wessen exploite ich jetzt? Wäre so heilen, weil er uns dann noch mit dem Schaden verringert. Aber das ist echt shit, ne, der Heal. Das ist echt schlecht. Okay, disable ihn. Hat funktioniert. Weil der ist hier unten schon weg. Oder weiß man schon, ob es funktioniert oder nicht. Warum nicht, ob es da gegen zwei Gegner nicht nur einen Schaden macht. Und dann wird ja gleich dauern. Der Evade war schön. Äh, kill ihn einfach. Das ist cool. Das ist ja geil, diese Waffen. Die sind so cool. Ich mag die Attacken. Exploits vulnerable. Bringt mir nix. Inflicts Weapon ist disabled. Versucht. Ich habe das Raps versucht gleich zu machen. Ich versuche erstmal ein paar aufzuerlegen. Und gleich zu exploiten. Ah, der Schaden ist so schön. Ich habe echt das Gefühl, wir müssen voll auf Kombos gehen. Das macht einfach nur ultra viel Damage. And I like that. Was? Das war schon abgezogen? Wie gemein. Okay, dann darfst du nochmal öfter. Mehr vulnerable auf ihn. Weapon Disruption exploiten. Weapon Disruptor. Disruptor Weapon. Ja, Weapon Disruption war richtig. Äh, True Panic hat er leider keine. Ja, komm, trotzdem. Okay, wir können jetzt vulnerable richtig exploiten. Ja, das killt ihn. Puh, intens die Kämpfe. Richtig intens. Wieder eine Flotte weniger. Aber das heißt nicht, dass wir besser dastehen. Im Gegenteil. Das heißt eher, dass die jetzt eine neue schicken werden. Oder am besten zwei. Resource generated per day. Jo, sehr gut. Du hast echt nur 25. Officer promoted. Leave the system. Zum Glück ist das so ein bisschen, ähm, rundenbasiert, den Punkt. Remming speed. Ich bin mir nicht sicher, was das so gut bringt. A taunting attack increasing your ship's threat by 100 and damage resistance by 15%. Ja, toll. Against all enemies. Was bedeutet, er wird öfter angegriffen und die ande... Also, ja gut, der Engineer ist auch der Tank, ne? Aber... Ich fühle mich nicht so süß, ob das so geil ist. Weil ich kann es nicht hochheilen. Das ist das Problem. Ich kann ihn nicht hochheilen. Ich habe halt viel zu wenig, um ihn zu heilen. Und hier gibt es nur auf sich selbst einen Hull-Breach. Und das mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit. Der Damage ist gut. Aber der Rest? Vielleicht kann ich den Hull-Breach heilen. Aber was ist dieses... Warum gibt es hier bei der Super Charge Polarity noch Damage 25%? Also, ich mache auch noch Damage und über alle Runden Schaden. Maybe. Maybe that's good. I don't know. Maybe. Maybe it is. Bald kriegen wir neuen Offizier, Leute. Aber ich werde hier einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Halcyon 6 Starbase Commander. Wo der Gary im Weltall verrottet. Weil die Crew einfach so cruel sind. Ja, da oben müsste ich auch hin. Da sind vor allem wieder volle Crew. Ne, gar nicht. Aber ich brauche Crew, Leute. Ich brauche so sehr Crew. Aber ich glaube, die töten die, die länger sie da sind. Und die rauben die Ressourcen. Was es natürlich schlechter macht. Weil die wahrscheinlich dadurch viel mehr Schiffe spawnen können. Ha, 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 ha. Ich würde so gerne den Piraten einfach nur wegmetzeln. Das wäre viel spaßiger. Weil die sind nicht so stark. Ja, wir müssen hier hinterher. Und die anderen beiden können noch eine Weile bleiben. Ja, das werden wir das nächste Mal machen. Cruel schnetzeln. Und dann vielleicht den letzten Piraten hier wegmetzeln. Ich glaube nicht, dass ich auf seinen Handel eingehen werde. Aber der ist auch ganz schön stark. Der ist richtig stark, Leute. Wow. Oh, Gerblingschwein. Okay. Aber das beim nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Auch gerne einen Daumen, wenn ihr mehr so Content sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.